Wir probieren jetzt gleich ihn, also wir stehen jetzt mal auf der linken Seite, die standen eben direkt hinter der Person. Dadurch hat hier überhaupt keine Gewalt, weil der Weg ist, also kann man die Schulter nicht stecken. Hier steht man schön frei noch, damit man auch sicher ist und nach seinem Wegewunsch, falls man so ein bisschen aufrein kommt, und sei mit dem rechten Arm, beziehungsweise eher mit dem linken Arm, an der Schulter und hier unter sozusagen der Pofalte eigentlich, also am Oberschenkel, und drückt ihn dann nachher so mit rum. Dadurch, dass man hier hinten greift, kann man den schön noch oben wegdrücken. Wir hatten auch zum Beispiel wie mit dem Beispiel mit dem Kasten, den wir geworfen haben. Hat man das selber oder mit dem Stopp? Okay, dann probieren wir das jetzt mal durchzuführen. Schön frei. Kommando. Jetzt.